Willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's AAAAAAAH Vier In der vierten Nacht sind wir stehen geblieben Ich hab mal den Ton für euch ganz laut gedreht Bei den letzten Folgen war es irgendwie ein bisschen leise Und Ich versuche mal ein bisschen mehr zu reden Weil ich bin tatsächlich ziemlich leise in den Videos Das wollte ich gar nicht Ich musste halt zuhören natürlich Ob die da sind oder nicht Weil ich möchte mich jetzt nicht erschrecken lassen Ich möchte natürlich das Spiel schaffen Deshalb muss ich auch die Laude über mir laut drehen Und darf nicht so viel reden Trotzdem versuche ich Ein bisschen mit euch zu quatschen Ähm Mal gucken wie schwer diese Nacht wird Letzte war ja richtig schwer Oh oh Okay Foxen noch nicht da Foxen noch nicht da Das ist sehr gut das Foxen noch nicht da ist Weil der wäre ja extrem nervig jetzt Deshalb Was zum Teufel Ich höre irgendwas Und das macht mich ein bisschen verrückt Dass ich die ganze Zeit irgendwelche random Geräusche höre Oh mein Gott da war ich mir extrem munsicht Und das hätte sein können Das hätte es wirklich sein können Oh oh Foxy 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 Ich hab das gehört so ein pfff Okay ist weg ist weg ist weg Foxy ist noch nicht drin Da sind zwei Threadles Schön für euch So sobald ihr dieses Hört Dann dürft ihr wieder aufmachen Das hab ich jetzt auch gelernt Ich weiß ich hab gesagt Wenn Chica in der Küche ist Kann man chillen Aber ich bin unsicher Da walkt jemand Das läuft gut Das ist Warum läuft es gut Okay ich hab mich jetzt gerade gejingst Jetzt sterbe ich Oh mein Gott Ich weiß es manchmal nicht Manchmal denke ich ich höre was Aha Ja manchmal denke ich ich höre was Und dann höre ich aber doch nichts Also hinterher nur Das hat lang gedauert Hab ich es gehört Okay ist weg ist weg Okay ist weg Ist das am walken Am walking step bitte Aber es ist sehr gut Dass Foxy sich Zeit lässt Sehr gut Das gerade nur nach vorne gewoggt Ist er weg Er ist weg Gut Hab ich gar nicht gemerkt Flackert Warum flackert es Weil die Pisser wieder auf meinem Bett sind Kusch Ich bin doch nicht schlafen Tschüss mit euch Kusch 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 I'm trying to sleep Lass mich in Ruhe Mann Ich will nicht Geht euch nichts Ja hab ich gehört Hab ich gehört Das ist weg Ey Wollt trotzdem nochmal vorbeikommen Habt ihr das gesehen Ich hab ein bisschen Angst Dass ich den Zaun vielleicht zu laut gestellt habe Für euch Aber irgendwie Irgendwie ist es einfacher als vorher Hab ich das Gefühl Aber ich laber noch nicht Ich hab nichts gehört Ich hab gar nichts gehört Das ist einfacher als vorher Der Tod Genau deshalb wollte ich es nicht sagen Aber es war bisher irgendwie einfacher Nee das lass ich auf mich sitzen Direkt nochmal rein da Kann doch nicht sein Was zum Teufel Oh ich hab's vor allem fast geschafft Verdammt Bis gleich Was Das hat lang gedauert Das hat sehr lang gedauert Aber ich dachte mir schon Solcher Stepping Vielleicht ist er doch da Ich hab ein bisschen lange gewartet Oh Foxy Foxy Die Steppen und Steppen und Steppen Und ich mag die Rans Tippi Steps nicht Überhaupt nicht Ich höre nur Foxy Manchmal höre ich nichts außer Foxy Sehr seltsam Manchmal höre ich wirklich nichts außer Foxy Super weird Scheinbar halte ich bisher Foxy auch sehr gut auf Weiß ich was ich hier anders mache Ja das macht mir immer so Unsorge Also so richtig Sorge meine ich So Unwohlheit Weiß ich empfinde deutsche Wörter Ich konzentriere mich lieber Ich will es erschaffen Aber ich höre auch immer nichts Ich denke mir Was ist los Wieso höre ich nichts Kommt jetzt ein großer Jobsgate auf der Stelle Mein Gott Oh nein Foxy ist komplett am abdrehen gerade Foxy ist Nein Foxy ist drin Foxy ist drin Aber es ist noch machbar Es ist noch machbar Hau ab Ist er weg Es geht es geht es geht Rechts 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 Und hinter mir Wollt mich essen gerade Es ist noch mal das Wollen sie mir essen wollen Da waren drei Was war danach passiert Oh mein Gott Foxy 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 Mach zu mach zu Halt zu Bisschen länger Bisschen noch Okay Stopp Rechts Das Hühnchen rastet aus Oh mein Gott Ich war mir extrem unsicher Ich dachte vielleicht wäre sie da Scheiße Oh mein Gott Was Ich habe es geschafft Oh mein Gott One day Until the party Please Let me out Please Please Let me out Ja so fühle ich mich tatsächlich auch die ganze Zeit hier in dieser Hölle Oh Bisschen Spaß wieder mit Plush Trap Da bin ich doch dabei 30 Sekunden ist mal nur Okay 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 Oh Oh Viel aggressiver jetzt Was viel aggressiver Jetzt habe ich verkackt Ja ich trau mich nicht Ich trau mich einfach nicht Ach schade Aber war knapp War knapp Muss man schon sagen War 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 knapp War knapp So Nächte Fühlen Letzte Nacht Also laut dem Spieltitel Ja aber Wer Weiß Was Was denn Was So Äh Was geht ab Äh Wo war das denn Links Rechts Ich glaube ich weiß noch ein bisschen wie der funktioniert Wenn ich ihn sehe zu machen Ist er mega gruselig Ist er ganz alleine Scheinbar Was Was What the Fuck Was geht denn jetzt ab Was drehe ich denn jetzt zum Film Was zum Teufel Was geht ab Wo ist er hin Oh oh Ist er rechts Ja Scheiße Scheiße Okay Anleuchtend Was Was Äh 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 Wo Hier hinten Wo ist er Was Ist er drin Aber Er war doch gerade draußen Oh nein Was zum Wo ist er Hä Hä Wo 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 War Er Also ich muss ihn die ganze Zeit anleuchten und die Tür mal zu halten Aber wer war das der sah aus wie Fredbear Aber ich dachte Fredbear wäre nett Hat der uns vielleicht eingeschlossen Ne das kann nicht sein Ist doch nur ein Plüschtier Oder Oh Gott ich mache erst eine Pause Okay Neuer Versuch Hier In Night 5 Okay scheinbar ist es nur Der eine Ich muss ihn mal finden Ich muss ihn immer finden Der kann sich nicht entscheiden der Typ Hier ist er Keine Ahnung Ist drin Lachen bedeutet er ist drin Oh Closet Schnell Rechts Ich muss aber Zugeben Dass ich den gar nicht mehr so groß ich finde Also das hier mache ich Viel lieber Im Moment zumindest Jetzt das normale Was man sonst immer macht Ich muss sogar ein bisschen drauf achten Wann der lacht Jetzt zum Beispiel Rechts Links Hinter mir Tschüss Ich habe geraten Ich wusste gar nicht wo er war Rechts So ich habe Die audio wieder laut gemacht Da ist er Rechts Ne Links Wo ist er hin Links Versteh nicht so ganz Hat er gelacht Ich habe ihn nicht lachen hören Aber wie gesagt Ich finde es gar nicht mehr so gruselig Also Weiß ich nicht Normal finde ich es extrem gruselig Dieses Spiel Aber das Ich finde das geht noch voll Das ist einfach nur Er spielt halt und sieg mit mir gefühlt Ich glaube ich muss ihn Schnellstmöglich einmal Gefunden haben Das ist er wieder rechts Ja Links Links Rechts Da rennt hier komplett Ein Film Da rennt hier komplett rum Ähnlich wie Foxy Scheiße Buser Äh Close Schnell 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 Okay So langsam wie es drauf Links Links Rechts Rechts Links 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 Rechts Junge Entscheid dich doch Schnell Mitte 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 Nein Hallo Mitte Oh Kamera Oh nein Wo ist da Wo ist da Ich bin tot Ich verstehe Ich verstehe das nicht so ganz Irgendwie Komisch Irgendwie sehr seltsam Links War das jetzt ein Lache Das war eine Lache Das andere war anscheinend keine Lache Nur diese Lange Lache Nicht Doch nicht Ich bin verwirrt Dann sterbe ich wieder Wo ist er Hä Ist einfach Despawned Wo war er denn Hä Ich verstehe es nicht Ich verstehe nicht wo er denn ist Wo denn Wo ist er denn Man Meine Güte Ich weiß nicht wo er ist Okay mach schon mal eine Fake Lache Muss man hören ob er noch rumrennt Ja Das war eine Fake Lache Okay das war eine echte Lache Hä Wo ist er Hier ist er Okay Hä Rechts Hä Nein 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 Scheiße 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 Nein Oh mein Gott Okay 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 Feuer Es ist ein bisschen Run Links Rechts Links Was Hinter mir Ne Closet 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 Links Rechts Rechts Links Links Keine Ahnung Hier ist er Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Flatbar nicht Falls es überhaupt Flatbar ist Ich verstehe Flatbar nicht Falls es überhaupt Flatbar ist Links 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 Rechts Links ich habe schon es ist gleich vorbei hinter mir hinter mir war eine echte lache scheiße scheiße ich wäre gestorben ich habe keine ahnung wo er war ich habe es geschafft ich habe 5 nights at 34 geschafft noel days until the party does zero also heute ist die party skitnt up wow your brother is kind of baby isn't he it's hilarious why don't we help him get a closer look he will love it no please come on guys let's give this little man a lift he wants to get up close and personal was on the floor no i don't want to go you heard the little man he wants to get even closer haha hey guys i think the little man said he wants to get threatened by a big kiss on three one two brain damage hey wir haben einen Stern bekommen 6 nights war ja klar gab es schon immer wir haben extra 3 geschaltet was kriegen wir denn hier so ich bin ich find's krass dass ich das spiel durchgespielt bekommen habe nightmare freddy ich sehe mir da alle charakter die ganz gerne von nichts aus den haben wir nie gesehen aber wir kennen seine kleinen kackfiecher also das ist ich kann mal kurz zeigen hier haben wir ganz viele menüs nightmare freddy sieht ganz cool aus nightmare bonnie haben wir leider zu oft gesehen nightmare chica ebenso nightmare foxy ist sehr nervig und ja es ist nightmare fredbear also eine albtraumversion von dem kleinen plüsch allgemein von unseren plüschstielen sind das alles nightmare version plashtrap und einen haben wir noch nicht gesehen den werden wir dann wohl beim nächsten mal sehen es gibt auch ein paar andere sachen im menü wie ihr hier sehen können es gibt noch ein paar andere sachen die schauen uns aber an wenn wir dann nachts 6 geschafft haben weil erst dann kriegen wir die freigeschaltet ja also ich hoffe euch hat es gefallen wir sind zum nächsten folgen wir werden dann nachts 6 schaffen und uns die extras anschauen bis was dann was was ist denn die sind in mir oder was soll denn da sein hä versteh nicht was er aAAAAAAAAAAAHHHHH pfff pf 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 pf